hallo leute ich komme mein video heute will ich euch paar sachen erklären als erstes wollte ich etwas wichtiges sagen ich habe einen zweiten kanal für türken also da rede ich türkisch und bei dieser kanal deutsch das heißt unten ist link also auf jeden fall abonniert mich also wenn ihr wollt also ich zwinge euch nicht dazu und danke für die 35 abonnenten und wenn ihr türke seid dann dann müsst ihr unten klicken link halt und ja und dank für neue video 44 aufrufe krank einfach und ich habe ein abonnent verloren lange geschichte warum egal das war es mit diesem video ich hatte euch gefahren vergesse ich lag dazu dass du mich sagen dafür könnt ihr mich unterstützen und ja tschau